Und da rum befindet sich ein Schussfreck durchschaue Eins von drei Baby, take the meat Das ist, was da? Der Anker, wie schaut denn aus? Bei den Hohentaschen nicht geh Na gut, lass doch reinig Ja, lass doch reinig Manuskript Nummer fünf Ja bitte auf die Radl Toll Die Sumpflangkarten So, da haben wir einen Dietrich Und da brauchen wir wieder mal einen Spezalki Er wird auch der Dietrich Scheiße, Mann, wohin? So, zurück In die Augen stochen? Ne guter Hat ein bisschen grausam Die Sumpflangkarten Dramatische Und da haben wir eine Begrüßung Die Sumpflangkarten Die Sumpflangkarten Wiederher der langkartner so mein gott sagt er ja gar nicht und dann muss ich jetzt zum leuchtturm ach so was auf jub ja gut irgendwann hat er schon da haben glück um so da war ich kann ich scheitern nicht gut doch ich bin ich dann kommen wir gerade noch um rund um oder theoretisch so gut beim leuchtturm so wie schaut denn du aus da kriegen wir wieder irgendwelche objekte die säge allerdings ein sägeblatt kommt gut also auf ein seil nehmt mir mit geh die säge kann es nimmer brauchen und beim leuchtturm fehlt mir natürlich ein kiel wird gedacht auf morgen tut er kann auf der sumpf ich kann mir da und hier, aha und das kann doch, warte mal ich habe das seit fast ohne nein mon Das Radl dahin. Ne guter. Schaut nix aus. Pass auf. Der Haken. Da könnte man ja theoretisch irgendwo aufhören, oder? Da meinte, da war nix mehr, oder? Da waren wir fertig. Was sagt denn? Achso. Der Sonnenstein. Da war doch irgendwo, oder? Die Pflanzen. Können dabeißen. Und das ist ja die schwarze Lilli, oder? Kann ich sein. Nein, nicht einmal. Aber den ersten Teil haben wir. Achso. Das war so, wie die Suppen. Natürlich. Hey, da setz mich gleich mehr auf. Dass Kuchen kann. Und da brauche ich wahrscheinlich eine Schau wieder. Kann ich sein. Okay. 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 Ich muss wahrscheinlich die Ketten durchschneiden, gell? Dem Sägeplättl. Aber ein Sägeplättl habe ich noch ganz. Wo spricht denn? Im Leuchtturm. Bumm. Auf den Leuchtturm. Du, warte mal. Der Dietrich. Weg das. Weg das. Hör besser auf den Leuchtturm. Einen rumbrauche ich. Du, warte mal. Da passt das eine. Das waren die Schirme. Die Federn. Die Federn. Jörmann, mich dann noch. sind wir fertig, schon da, Tunnel geben Seht das, da leitet die ganze Sache wieder Emerald So, das war ein Diamant Da fällt mir selbstverständlich der Schlüssel Ich meine, wie soll das anders sein? Scheiße, Teleskop Du, warte mal Warte, da genauso Dann sparst du den Schlüssel So, das war die Schaufel und die Sägepläutel Jawohl Das ist wie neu Pass auf, der Rum war nicht dabei Pass auf, der Säge Brauchen wir da rum Das war der Sägepläutel Das war der Sägepläutel Dein Rätsel Schon, oder? Schon raus Geht schon raus, oder? Und da muss ich jetzt, was muss ich machen? Scheiße, pass auf, die Fügel Was ist eigentlich noch rum? Ich weiß nicht, was ist eigentlich noch rum? Ich weiß nicht, was ist eigentlich noch rum? Ich weiß nicht, was ich mache Das war die Sägepläutel Das war die Sägepläutel Wer wird auf der Fisch? Eine Katze muss ich nie passen Ich meine, da haben wir Luft oder? Auf der Wall könnte noch unten passen Das ist mehr, oder? Und der Fisch? Kein anderes Weekend Schöße, Siebfjord Oder, nimmt er sehr genau, ha? Die leichten, wenn sie richtig sind Besser, das ist kein Nickel Das stimmt, Jü. Und zufällig So, immer richtig So, ein Schlüssel Und, mehr haben wir nicht Da könnte, weiß der doch nicht? So geht So geht So geht So geht Vielen Dank.